Was geht ab, Champs? Mein Name ist Dean Tramp und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Spielzeugkanal. Heute wieder ausgepackt und falls du das erste Mal am Start bist, lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Den Button dazu findest du unter diesem Video hier. Heute packen wir das Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem Party Pack aus. Es ist von Playmates Toys und ja, es ist eine Hommage an alte Figuren, dazu aber gleich mehr. Was macht dieses Paket besonders? Es gibt es nur in Amerika. Das bedeutet, hier kommt man da schwer dran. Ich habe jetzt auch ungefähr 80 Euro für diese Box bezahlt. Habe lange drauf gewartet, anderthalb Monate. Ja und hier oben seht ihr Only at Walmart. Walmart ist ein großer Laden dort und dort gibt es immer wieder mal exklusiv Reihen von Toys. Und hier dieses Pak gab es bei der Mutation Station. Das bedeutet, im Laden selbst war eine kleine Station aufgebaut, wo man eben Turtles Spielzeuge, Zubehör und Merchandise kaufen konnte. Und ja, diese Figuren gehören dazu. Und wir gucken uns mal die Box an. Hier wieder sehr schön, vier Stück, einige Waffen. Das ist die Rückseite. Hier sieht man sie unverkleidet. Raphael, Michelangelo, Donnie und hier nochmal Leonardo. Und hier ist dann auch schon abgebildet, welcher Turtle denn dann das neue Kostüm bzw. das Outfit bekommt. Es ist die aktuelle Reihe und ich würde sagen, wir können das Ding direkt mal aufmachen. Es gibt auch ein kleines Easter Egg bzw. eine interessante Sache, die ich euch gleich auch erzählen werde, die eben dazu gehört. So, dann schneide ich mal hier auf. Schneide mal hier auf und dann versuche ich, das ganze Ding mal hier auszupacken. Ich freue mich sehr drauf, denn ich habe mit euch natürlich gewartet. Ich dachte mir, oh, das Teil hier eignet sich perfekt, um es auszupacken, weil es eben auch limitiert ist. Das ist die Box mit einem gelben Diorama dahinter. Und ich würde sagen, wir machen nach und nach. Starten wir mit dieser Figur. So, eins. Hinten auch nochmal. Wir fangen mit Michelangelo an. Und für die Leute, die es nicht wissen, das hier sind alles Figürchen, die es so schon mal gab. Dann gucken wir uns zuallererst die Gitarre an. Ja, cool. Auf jeden Fall eine nice Sache. Ich muss sagen, ich feiere den Typen hier extrem. Man kann die Gitarre hier hinten auch an seinen Rücken hängen. Das ist auch cool gemacht. Ich mag diese Beach-Geschichten. Und ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, es gab damals, ja, schon wirklich lange her, Turtles-Figuren, die eben ähnlich aussahen wie diese hier. Es waren eben die alten Turtles, ja. Vor allem eher so an den ersten Film- bzw. Comic-Versionen angelehnt. Und das hier sind ja die Neuen. Ja, zu dem neuen Mutant Mayhem-Kinofilm. Und dementsprechend hat man sich hier gedacht, pass auf, wir machen einfach mal was Altes Neues. Okay. Also, wir haben hier eine Fotokamera um seinen Hals. Die Gitarre, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Wir können den Hut nicht abnehmen. Er hat eine pinke Brille. Ja, ich glaube, die kann man aber abnehmen. Ich lasse es aber lieber. Nicht, dass ich da noch was kaputt mache. Nee, ich würde sie, glaube ich, nicht abnehmen. Dann haben wir hier Sandalen, die man auch bewegen kann. Wir haben wieder das Unterbein. Das Bein selber kann man in verschiedene Richtungen drehen. Ja, die Bewegungspunkte sind auf jeden Fall nice. Das Hand kann man drehen, Unterarm kann man drehen, oberen Arm kann man drehen. Auch den anderen Arm kann man drehen. Und man sieht hier, wie cool hinten sein Bandana noch über die Schulter fliegt. Ja, also ich muss sagen, die Figur ist auf jeden Fall nice. Ich mag, wie schon gesagt, diese Themendinger. Es gibt hier ja nicht nur den Beachboy Michelangelo, sondern es gibt ja auch die anderen Figuren. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ob ihr sowas mögt oder ob ihr da lieber die klassischen Versionen mögt, den können wir auf jeden Fall getrost mal hier in den Hintergrund stellen. Sofern sich sein Bein so ein bisschen biegen lässt. Na komm, da habe ich sein Bein verdreht. So, da steht er. Vielleicht ist es ein bisschen ablenkend. Ich lege den erstmal zur Seite. Wir packen nämlich schon mal den nächsten aus. Und das ist Leonardo. Mit Waffe. Und da gibt es auf jeden Fall auch eine kleine Info. Denn eigentlich gab es den so nicht. Dazu aber gleich mehr. Hol ich euch nochmal hier die Waffen raus. Das hier ist der Cowboy Leo. Hat die gleichen Bewegungspunkte, so wie es aussieht. Warte mal. Seinen Schuh kann man hier bewegen, welcher auch ziemlich cool aussieht. Das untere Bein, das Bein selber. Ja, wir haben hier noch so ein Harf da. Der hängt um seine Hüfte, ein bisschen weiter unten. Seine Arme, die frei sind, ja. Er hat nur eine Weste an. Er hat hier ein rotes Tüchlein um den Hals. Sein Blick ist schämisch. Okay. Seinen Kopf kann man gut bewegen. Hier hinten sieht man eben auch noch das Bandana. Ja, und hinten aus seinem Panzer sieht man tatsächlich noch so, ich sag mal, Verzierung. Als würde der Panzer auch eine Uniform haben in dem Sinne. Genauso wie beim letzten, beim Beachboy. Ja, hier haben wir die Sterne hinten ran. Wir gucken jetzt mal, ob die Waffen passen. Sollten sie ja eigentlich, wobei ich glaube ich die kleinen sowieso, in den Halfter packen würde. Seine Finger kommen mir hier ein bisschen. Ne, das passt. Okay. Ich würde gerade sagen, seine Finger kommen mir ein bisschen klein vor. Waffe 1 ist drin. Die tue ich aber auch gerne in den Halfter, weil das cool aussieht. Ich hätte mir gewünscht, dass die Waffen eine andere Farbe gehabt hätten. Also bei der Gitarre okay, aber bei den Waffen hier hätte ich mir gewünscht, dass es eben, naja, ich sag mal, dunkle Waffen wären, silberne Waffen wären. Weil so sehen die natürlich mehr aus wie so eine Wasserpistole. Aber vielleicht soll das auch so sein. Ich meine, das sind ja Kinderfiguren. So sieht die zweite Waffe dann in der Hand aus. Zack, zack. Und wir haben noch eine dritte. Das ist das Schießgewehr mit Bang. Cool Figur, Zubehör ist dabei. Und jetzt, ja, wissen wir ja, dass wir das hier schon kennen. Das Prozedere. Also bei der alten Figur hatten wir eben dieselbe alte Figur, nur mit einem anderen Turtle-Design. Aber es war derselbe Turtle. Und hier haben wir eben den Leo in Aktuell. Und dieser Cowboy war damals aber Donatello. Also den gab es so als Leo noch nie. Das haben die gewechselt. Coole Figur aber mit dem Hut auch und so. Ich mag's. Geht's uns an den Astronaut. Ja. Wir haben hier ein Schwert. So eine Art Messer. Sieht auch ein bisschen nach Raumschiff aus, muss ich sagen. Sieht nicht aus wie ein normales Messer. Ja, dementsprechend können wir das, glaube ich, ihm zuordnen. Bin mir nicht ganz sicher, ob es zu ihm gehört, aber ich glaube doch. Weil zu Star Trek passt das jetzt nicht unbedingt. Warte mal. Immer schwer hier mit den Händen. Ich dachte, bei den Glow-in-the-Dark-Figuren wäre das einfach so, weil die Figur eben aus einem anderen Material ist. Aber hier geht's. Okay, dann haben wir hier den zweiten Arm mit der Pistole. Ja, mit dem Blaster. So, und hier haben wir eben einen Raumanzug. Ja, das ist der Raphael, der den Raumanzug trägt. Und der heißt auch einfach Astronaut. So steht es auf jeden Fall auf der Box. Und den gab es so damals auch. Ja, ich glaube, ja genau, hier kann man eben auch die Muschel abnehmen. Und ich glaube, die Muschel ist eben so ein Teil, welches man damals oft verloren hat. Ja, welches man nicht mehr wiedergefunden hat, mit welchem man eben gespielt hat und so weiter und so fort. Deswegen ist sowas, glaube ich, sehr selten heutzutage. Und ja, wir haben einen Schlauch, der führt zur Brust aus dem Rucksack hier, aus dem Pack. Hier haben wir noch einen Oktopus oder wie. Sieht ein bisschen aus wie so ein Taucher von hinten, muss ich sagen. Aber es ist ein Astronaut, auch hier hinten mit dem Silber cool gemacht. Also ich muss sagen, die Figuren sind für mich auf jeden Fall definitiv schon mal eine 9 von 10. Ich mag sowieso die aktuellen Figuren sehr gerne. Und hier dann nochmal mit einem kleinen Hint zu den alten Figürchen, nur in ein bisschen stabiler und besser, ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Ich mag natürlich auch die alten. Ja, so ist es nicht. Ich will die gar nicht so richtig miteinander vergleichen, weil es eben andere Figuren sind. Was haben wir denn hier noch drum? Und wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich natürlich immer für die alten entscheiden, weil ich da einfach eine emotionale Bindung zu habe. Aber die hier sind trotzdem cool. Es sind nice Figuren und dementsprechend will ich die gar nicht so miteinander vergleichen. Cool. Mehr kann man hier aber nicht machen. Man kann den Kopf noch drehen. Ja, den kann man drehen. Jetzt ist die Muschel wieder drauf. Die ist auch relativ, ich sag mal, die fällt schnell mal runter. Ja, so geht's. Ich glaube, der gefällt mir bis jetzt am besten. Leer ist das Ding. Und das hier ist auf jeden Fall so eine Waffe, die man schnell mal verlieren kann. Deswegen Obacht. Und das ist natürlich der Officer. Donnie ist auch eine sehr, sehr coole Figur. War schon damals eine coole Figur. Die gab es, wie gesagt, auch damals schon. Und diese Figur kann man eben nicht, überhaupt nicht mit der alten vergleichen, weil die alte einfach ikonisch ist. Ja, sehr beliebt auch. Eben im gleichen Setting. Ich meine, ich habe nie Star Trek geguckt, aber das hier ist natürlich eine Anlehnung, beziehungsweise sieht man das schon an der Hand. Ja, sehr, sehr nice gemacht. Wir haben hier seine Brille, wo ich euch hier schon gesagt habe, dass mir das eigentlich, naja, ich will nicht sagen, nicht zusagt, aber für mich hätte dieser Donatello hier aus dem Film keine Brille gebraucht. Nichts gegen Brillenträger. Ich bin selber einer, aber Donatello trägt für mich einfach keine Brille. Ja, kein Törtel trägt für mich eine Brille oder hat da irgendwie spezielle Merkmale. Dann haben wir hier die Füße, die man wieder drehen kann. Das untere Bein kann man auch wieder bewegen. Ja, hier etwas unspektakulärer. Ja, es ist einfach der Fokus auf dem Logo, beziehungsweise auf der Star Trek Anlehnung. Das Bein dreht man auch ein. Hier haben wir den Gürtel. Die Hand, wie gesagt, die ja auch typisch ist. Der Unterarm kann man bewegen. Gleichbewegungspunkte. Wir haben hier einmal, ja, Kenner wissen natürlich, was das hier ist. Schreibt mir das gerne mal in die Kommis. Ich habe keine Ahnung. Star Trek, höchstwahrscheinlich hängt es damit zusammen. Oder ist es vielleicht einfach nur eine Tasche? Ich weiß es nicht so genau. Jedenfalls ist die dabei. Hinten auch Shell, der Panzer in blau. Ob man das jetzt hätte blau machen müssen, weiß ich nicht. Also es sieht ja dann theoretisch so aus, als würde der Türtel sein Oberteil über dem Shell haben. Vielleicht hätte man Shell auch in einer anderen Farbe machen können. Hier hat man auf jeden Fall den Look, dass da irgendwie das T-Shirt beziehungsweise, was ist das, das Hemd hier darüber trägt. Aber auch hier hast du dann theoretisch die Hose über dem Panzer, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß nicht, ob ich es anders cooler gefunden hätte, aber so als Special geht das schon. Kann man machen. Gebe ich mich mal mit zufrieden. Ja, auch der Haarschnitt natürlich Legendary. Ist das Captain Spock? Ich will wirklich nichts Falsches sagen, aber auch die langen Ohren und so. Da gibt es auf jeden Fall den einen oder anderen bei Star Trek, den man da erkennen könnte. Hier auch wieder schön mit den Bandannas, haben sie cool gemacht. Ja, mag ich. Muss man auch vorsichtig sein, dass das nicht kaputt geht, das Teil. Ja, und ansonsten ist das für mich auch eine ziemlich, ziemlich nice Figur. Also, wir haben hier den Officer, wir haben den Beach Boy, wir haben den Cowboy und wir haben zu guter Letzt nochmal den Astronaut. Ja, da sind sie alle vier, die ganze Bande. Schreibt ihr mir gerne mal in die Kommentare und das wird mich wirklich interessieren. Ich bin sehr gespannt, welchen Turtle ihr hier am coolsten findet. Hier sehe ich gerade noch ein kleines Detail. Hier steht noch das L für Leonardo natürlich. Und ja, ich kann mich schwer entscheiden. Ich würde sagen, ich mag den Astronauten, dann den Beach Boy, dann den Donny und zuletzt den Leonardo. Aber ja, schreibt ihr mir eure Meinung dazu gerne in die Kommis. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.